Löst man das nebenstehende Integral mit der Methode phoenix der partiellen Integration, so ergibt sich nach zweimaliger partieller Integration minus ein Drittel mal cosinus von 3x mal e hoch minus 2x minus zwei Neuntel mal sin 3x mal e hoch minus 2x minus vier Neuntel mal dem Integral von e hoch 2x sin 3x dx, wobei wir die ersten beiden Summanden mit a von x und b von x abkürzen, um im folgenden Schreibarbeit zu sparen. Das zu berechnende Integral taucht nun also auf der linken und rechten Seite der Gleichung auf. Wie ist jetzt weiter vorzugehen? Um das einfach erklären zu können, bezeichnen wir das zu lösende Integral einfach mal mit i. Das heißt, Groß i ist gleich dem Integral von e hoch minus 2x mal sin 3x dx. Die Gleichung lautet dann i ist gleich a von x minus b von x minus vier Neuntel mal i. Wie würden Sie diese Gleichung nach Groß i auflösen? Genau, Sie würden vier Neuntel i auf beiden Seiten der Gleichung addieren, das heißt die Gleichung nach i auflösen. Dadurch erhalten wir auf der linken Seite der Gleichung 13 Viertel mal i und auf der rechten Seite bleibt a von x minus b von x stehen. Damit auf der linken Seite lediglich i steht, multiplizieren wir jetzt beide Seiten der Gleichung mit 4 Dreizehntel und erhalten i, was ja gleich dem zu berechnenden Integral ist. Also i gleich Integral e hoch minus 2x mal sin 2x dx ist gleich 4 Dreizehntel mal, Klammer auf, a von x minus b von x, Klammer zu, plus einer Integrationskonstanten c, da es sich um ein unbestimmtes Integral handelt. Damit ist hoffentlich klarer geworden, dass bei der Methode Phoenix der partiellen Integration immer das zu lösende Integral sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite der Gleichung Richtung auftaucht und wie dann damit weiter zu verfahren ist.